Sie sieht so erwachsen aus. Neues Foto von Prinzessin Estelle zum 10. Geburtstag. 23.02.2022, 10 Uhr und 37 Minuten im Bo, T-Online. Ein runder Geburtstag im schwedischen Königshaus, und zwar der erste von Prinzessin Estelle. Die Tochter von Prinzessin Viktoria und Prinz Daniel wird 10 Jahre alt. Da darf ein neues Foto nicht fehlen. Der Königspalast in Schweden hat ein neues Porträt von Prinzessin Estelle veröffentlicht. Für die Aufnahme zu ihrem 10. Geburtstag am 23.02.2022 hat das älteste Kind von Kronprinzessin Viktoria und Prinz Daniel im Schloss in Stockholm posiert, in einer Kleiderwahl, die fast schon als Business-Look bezeichnet werden könnte. Das Bild von Estelle ist ganz aktuell, wurde laut Palast in diesem Monat aufgenommen. Die zweite in der schwedischen Thronfolge trägt darauf eine weiße Bluse und einen ebenfalls weißen Blazer im Oversize-Style. Das glatte Haar fällt ihr auf einer Seite locker nach vorne über die Schulter. Estelle ist so groß geworden. Zahlreiche Usierinnen und User hinterlassen unter dem Foto, das auch auf dem offiziellen Instagram-Profil des Kungahuset veröffentlicht wurde, herzliche Glückwünsche an das Geburtstagskind. Eine Nutzerin merkt an, sie sieht so erwachsen aus heute. Ebenfalls zu lesen, Estelle ist so groß geworden. Eine Person meint auch, sie würde ihrer Mutter Viktoria ganz schön ähnlich sehen. Estelle Sylvia Eva Mary, Prinzessin von Schweden, Herzogin von Österjütland, wurde am 23. Februar 2012 geboren. Ihr Großvater ist König Karl Gustav, ihre Großmutter Königin Sylvia. Estelle steht nach ihrer Mutter auf Platz 2 der schwedischen Thronfolge. Sie hat noch einen kleinen Bruder, Prinz Oskar. Er erblickte am 2. März 2016 das Licht der Welt und ist in der Thronfolge auf dem dritten Platz.